Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan und wir zwei sprechen heute über das Countdown Widget von Elementor Pro. Vielleicht bist du auf der Suche nach einem Timer, entweder Evergreen, dass er eben immer wieder von vorn losgeht, wenn jemand auf deine Website kommt oder auch hin zu einem bestimmten Zeitpunkt. So oder so, wie das Ganze mit Elementor funktioniert, lernst du jetzt. Und bevor wir direkt starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, dann solltest du aus unerklärlichen Gründen noch nicht mit Elementor oder mit Elementor Pro arbeiten, dann lass uns gerne einmal gemeinsam auf folgende Seite gehen. Stefan-Wirt.de slash Tools Enter. Da kommen wir nämlich genau auf den Bereich meiner Website, wo ich alle Tools vorstelle, mit denen auch ich jeden Tag arbeite. Wenn das was ist, was dich interessiert, dann schau hier gerne mal vorbei. Findest du übrigens auch direkt über meine Startseite, was übrigens alles hier unterhalb von diesem Video verlinkt ist. Da steht es nochmal drüber. Hier Stefan-Wirt. Wer bin ich? Lerner, wie du mit WordPress deine Website selbst erstellen kannst, ganz ohne Programmieren. Hier siehst du meine ganzen Anleitungen. Aktuell gehen wir die ganzen Widgets von Elementor einmal durch. Mit Basic bin ich schon fertig, aktuell bei den Pro-Widgets angelangt und dann kann auch ich endlich wieder das machen, was mir am allermeisten Spaß macht und das sind Komplettanleitungen. Ein paar habe ich schon gemacht, zum Beispiel wie du dir als Streamer innerhalb von einer Stunde in der eigenen Website baust oder wie du dir ein Terminbuchungssystem baust mit WordPress, Elementor und GroKoblog. In diesem Falle, wenn das was ist, was dich interessiert, dann hier auch gerne einfach mal die Suche nutzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir gesagt, hey Stefan, du hast genau eine Gelegenheit, alle Widgets von Elementor einmal durchzugehen und zwar, wenn die Website, wenn dein YouTube-Kanal noch brandneu sind. Also jetzt, das ziehe ich durch und dann kommen auch endlich wieder mehr Komplettanleitungen. Ja und wenn das für dich spannend klingt, dann lass gern jetzt schon mal ein Abo da. Doch zurück zum Thema. Hier ganz oben rechts findest du Tools. Da kannst du auch einfach einmal draufdrücken. Da kommst du eben auf die Seite, wo ich meine Website-Tools vorstelle. Und sehr populär eingebunden natürlich Elementor. Hier habe ich mit eigenen Sätzen beschrieben. Warum ich das so klasse finde, das möchte ich dir nicht vorenthalten. Denn da habe ich geschrieben, der Page Builder Elementor ist in einer eingeschränkten, kostenlosen Version für Basics vollkommen ausreichend. Das stimmt. Du kannst schon richtig coole Websites bauen. Aber Achtung, wenn du die Elementor Pro Version kaufst und auch das Countdown Widget, um was es heute geht, ist ein von Elementor Pro, verwandelt sich Elementor vom reinen Page Builder zum leistungsstarken Theme Builder. Und hier an der Stelle vom Page Builder zum Theme Builder, sage ich immer so schön, das klingt langweilig, ist es aber gar nicht. Denn wie startet man am Anfang mit einem Gratis-Theme oder einem Premium-Theme für 100 Dollar, irgendwas in die Richtung. Aber nach ein paar Monaten, wenn du aktiv bist auf deiner Website und dein Online-Projekt auch weiterentwickeln willst, wirst du an Punkte kommen, wo du mit den starren Themes nicht weiterkommst. Und dann brauchst du einen Theme Builder, um dir Sachen selbst zurechtzubauen. Sprich Header, Footer, Layout von deinem Blog, Layout von deinen Produktseiten, Produktarchivseiten, wenn du einen Online-Shop hast und so weiter und so fort. Und da setze ich auf den Elementor Theme Builder. Deswegen, Elementor Pro zaubert mir durch die Einfachheit und die Zeitersparen ist einfach jedes Mal wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und das ist tatsächlich so. Warum zeige ich dir die Seite? Logisch, hier unten ist ein Button, wo eben hier klicken steht. Da ist mein Affiliate-Link hinterlegt. Bedeutet, wenn du dich eines Tages für Elementor Pro entscheidest, bekomme ich eine kleine Provision. Du zahlst nicht mehr. Du kannst natürlich auch hier am Anfang direkt über den Button gehen, kommst auf die Seite von Elementor, kannst dir erstmal das Gratis-Plugin runterladen von Elementor bei dir im WordPress Backend installieren und so eben erstmal mit der Gratis-Version starten. So oder so, solltest du hier über meinen Button gehen, ganz großen Dank dafür bereits an dieser Stelle. Aber hey, lass uns jetzt das Countdown-Widget ansehen. Ja, hier sind wir auf meiner Testseite für diese Tutorial-Serie. Ich habe hier mal zwei Countdowns auf die Schnelle eingebunden. So kann das Ganze am Ende aussehen. Aber da du hier was lernen möchtest und für dich vielleicht entscheiden möchtest, ob das eben für deine Bedürfnisse passend ist oder nicht, machen wir das folgende. Wir gehen hier wirklich mal in den Bearbeitungsmodus. Ich lösche hier die zwei Countdown-Widgets, die ich schon eingefügt habe und jetzt starten wir from scratch. Bedeutet, du kannst hier entweder dir das Countdown-Widget suchen im Bereich der Pro-Elemente hier oder du nutzt einfach die Suche und ziehst dir das hier rüber. Deswegen übrigens Drag-and-Drop-Builder. Was ich immer wieder lustig finde, wenn ich mit dem Countdown-Widget arbeite, ist, ich habe es mir jetzt reingezogen, bedeutet, auch nochmal ganz kurz zum grundlegenden Aufbau von Elementor. Wenn ich hier drauf drücke, auf diese weißen Punkte, die über dem blauen hier sind, dann ist das mal der Abschnitt. In dem Abschnitt ist eine Spalte, können auch mehrere Spalten sein und in einer Spalte ist üblicherweise immer mindestens ein Widget. Widget ist sowas wie ein Bild, ein Text, eine Überschrift oder eben das Countdown-Widget. Und das haben wir jetzt eben hier. Wenn ich hier drauf drücke, sehe ich das. Aber lustigerweise, wenn wir hier auf diese Seite schauen, sehen wir nichts. Und ich finde das wirklich immer wieder lustig, weil ich kann mir vorstellen, dass schon viele vor mir mit dem Countdown-Widget arbeiten wollten und die haben weiß gesehen und gedacht, okay, es funktioniert nicht und wieder zugemacht. Ist aber Quatsch, funktioniert alles, nur ich finde die Vorkonfiguration hier nicht so treffend. Bedeutet, wenn ich jetzt hier einmal auf Stil gehe, bei der Hintergrundfarbe, irgendwas einstelle, zack, da ist mein Countdown-Widget. Aber man muss dazu sagen, wenn weiß auf weiß standardmäßig von vornherein eingestellt ist, sieht man es nicht so gut. Also man muss hier schon einmal um die Ecke denken, um das zu finden. Ja, zurück zum Thema. Ich würde jetzt hier direkt mal meine Akzentfarbe einstellen und du siehst eigentlich mit einem Klick oder mit zwei Klicks ist das Countdown-Widget schon da. Worauf wir uns jetzt konzentrieren, ist hier der Bereich Inhalt, Stil. Ich stelle dir das alles mal kurz und smart eben vor, sodass du entscheiden kannst, ob es für dich passt. Den Bereich erweitert gehen wir jetzt nicht komplett explizit durch, weil das ist bei so ziemlich allen Widgets von Elementor immer relativ ähnlich. Je nach Widget mal ein bisschen mehr oder mal ein bisschen weniger. Wenn das was ist, was dich interessiert, dann schau dir gern mal eines meiner ersten Videos hier im Rahmen meiner Serie zu allen Widgets von Elementor an. Also wir starten definitiv hier erstmal mit dem Inhalt. Übrigens kleiner Hinweis noch, am Anfang hast du gesehen, wie ich den Countdown hier auf eine andere Art und Weise dargestellt habe. Das zeige ich dir am Ende des Videos auch noch. Aber erstmal gehen wir die Basics durch. So, wir sind im Bereich Inhalt und ich klicke hier mal auf Countdown und da haben wir zum ersten hier zwei verschiedene Richtungen, wo die ganze Geschichte hingehen kann. Nämlich entweder Fälligkeitsdatum. Bedeutet, wir klicken hier drauf und wählen ein Fälligkeitsdatum aus. Zum Beispiel den 30. September, 5 Uhr 34 PM. Bedeutet PM Nachmittag, AM Vormittag, also abends 5 Uhr 34. Machen wir mal eine runde Sache draus und sagen halb sechs. Also 17 Uhr 30. So, Uhrzeit ist eingestellt, Timer läuft. Wir haben noch 33 Tage, 23 Stunden, 21 Minuten und 37 Sekunden. Ich habe das jetzt so vorgelesen, weil man könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, okay, wenn das noch 33 Tage hin ist, machen die Sekunden jetzt nicht so viel Sinn. Die machen vielleicht mehr Sinn, wenn du irgendwo eine 24 Stunden Sales Aktion in deinem Shop machst oder was auch immer. Dafür sind diese Reiter hier da. Bedeutet, hier könnte ich jetzt die Sekunden auch ausblenden und die Minuten auch ausblenden. Das kann ich wirklich alles so variieren, wie ich will. Du siehst hier die Toggle Buttons auch noch im Bereich der Tage und der Stunden. Also das kannst du wirklich alles so customisen, wie du es haben möchtest. Anzeige. Entweder im Blog oder in einer Reihe. Und wenn wir sagen in einer Reihe, dann ist es eben nebeneinander. Muss ich dazu sagen, finde ich auch ganz schön. Vor einigen Jahren hatte ich oft bei diesem Blog gearbeitet. Das war da gefühlt noch cool. Aber in der Reihe ist jetzt heute eigentlich immer das, was ich nehme, wenn ich denn zum Timer greife. Deswegen lassen wir es jetzt auch einfach mal genau so. Beschreibung, sprich die Tage, Stunden, Minuten, Sekunden kannst du hier auch ausblenden lassen. Einfach einmal hier drücken. Wir lassen es jetzt mal ein. Wir könnten sogar sagen eigener Name. Und dann könnten wir bei Tage jetzt nicht Tage reinschreiben, sondern keine Ahnung. Sowas wie Tastatur. Ganz kreativ. Da haben wir jetzt eben 33 Tastatur. Aber wir lassen das jetzt mal bei Tage. Ich denke, macht schon Sinn so. Actions after expire. Drei verschiedene Möglichkeiten. Bedeutet, was passiert, wenn der Timer abgelaufen ist? Zum einen können wir sagen, weiterleiten. Dann kommt eben jemand auf diese Seite und wird direkt weitergeleitet. Da könnte man dann hier die URL eingeben von zum Beispiel dem Produkt in deinem Shop, was dann vielleicht eben freigegeben ist. Oder wir sagen verstecken. Bedeutet, der Timer wird dann versteckt. Der ist einfach nicht mehr da. Oder wir sagen Show Message. Bedeutet, vielleicht gibt es keine Weiterleitung. Da würde ich die hier einfach einmal wegklicken. Einfach auf das X hier. Dann haben wir verstecken und Show Message. Bedeutet, dann sieht man keinen Timer mehr, sondern eine Nachricht. Aber vielleicht will man gerne auch noch zeigen, dass dort ein Timer abgelaufen ist. Das was gewesen ist. Dann mache ich das Verstecken weg. Und einfach nur Show Message. Bedeutet, Timer ist dann alles auf 0. Finde ich eigentlich immer am coolsten. Und dann hat man Show Message. Das steht dann halt unter dem Timer sowas wie, sorry, das Angebot ist leider abgelaufen. Ja, aber die Seite ist dann eben trotzdem noch ersichtlich. Und weiß ich nicht, wenn das jetzt eine Landingpage ist für einen Online-Kurs, den du vielleicht anbietest, kann man dort eben vielleicht immer noch ein Formular drunter zur Verfügung stellen, wo man sagt, okay, aktueller Angebotszeitraum beendet. Kannst dich nicht mehr in den Kurs einschreiben. Aber hey, hier hast du ein Formular. Komm in mein Newsletter. Und wenn es wieder losgeht, wirst du informiert. Ich sage dir das alles so ausführlich, weil du hast hier wirklich alle Einstellmöglichkeiten, um das Ding so zu personalisieren, sage ich jetzt mal, oder an deine Bedürfnisse anzupassen, dass es wirklich dienlich ist für das Ziel, was du verfolgst. Aber hey, Stefan, zurück zum Thema. Am Anfang haben wir gesagt, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt das Fälligkeitsdatum durchgesprochen. Und hier könnten wir aber auch sagen, Evergreen Timer. Und den würde man jetzt wahrscheinlich üblicherweise irgendwie auf 24 Stunden stellen und 0 Minuten, würde ich jetzt hier einfach mal sagen. Bedeutet, jemand kommt auf deine Website und dann ist dort eben ein Evergreen Timer. Und du siehst, die Tage sind dann natürlich auf 0. Wie man das einstellt, wissen wir jetzt schon hier. Einmal klicken und dann geht es eben mit den Stunden los. Und dann sieht man, okay, hier gibt es ein Angebot. Hier kannst du dann natürlich noch ein Textfeld drunter machen, wo du die ganze Sache erklärst. Und das Lustige ist, wenn jemand wieder auf die Seite kommt, dann geht der Timer von vorn los. Ja, und nochmal zu der Begrifflichkeit Evergreen. Wir gehen hier mal in den Vorschau-Modus von dieser Seite. Aktuell haben wir noch 23 Stunden und 57 Minuten. Ich klicke jetzt mal auf aktualisieren. Und okay, das Ganze ist jetzt so intelligent und hat es jetzt nicht wieder auf 24 Stunden gesetzt. Aber ich sage mal so, wenn ich jetzt meinen Computer ausmache und dort wieder reinkomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das wieder von vorn losgeht. Bedeutet, ich sehe dann wieder die 24 Stunden. Bedeutet, worauf will ich hinaus? Wo sind hier für den Evergreen Timer die Anwendungsfälle? In meinen Augen gibt es da genau zwei Stück. Und zwar Nummer 1. Du schaltest vielleicht Werbeanzeigen auf eine Landingpage, die jetzt eben nicht über eine Direktverlinkung von deiner Website zugänglich ist. Bedeutet, du machst eine große Reichweitenkampagne, um neue Newsletterleser einzusammeln oder irgendwie ein gratis PDF rauszugeben, was auch immer. Dann gehst du hier auf die breite Masse, die kommen auf eine Landingpage und im Regelfall sind die einmal da und entweder die machen das, was du willst, was gemacht werden soll, sprich konvertieren oder eben nicht. Dann macht so ein Evergreen Timer natürlich Sinn, wenn man sagt, okay, trage dich jetzt ein, nur heute Angebot XY für 12 Stunden. Und dann ist die Motivation für einen Interessenten, sich bei dir einzutragen, eben höher, als wenn da vielleicht kein Timer wäre. Moralisch kann man das so oder so bewerten, aber Fakt ist, es funktioniert. Die andere Möglichkeit, und die finde ich persönlich vielleicht sogar ein bisschen besser, ist, du machst die ganze Geschichte hier in einen Pop-Up rein und bei einem Pop-Up über deinen Theme-Bilder von Elementor Pro hast du wunderbare Einstellmöglichkeiten. Du kannst sogenannte Conditions festlegen und dann eben sagen, okay, dieses Pop-Up mit diesem Timer, mit diesem Evergreen Timer, der jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 24 Stunden runter zählt, soll nur ein einziges Mal aufgehen und zwar bei allen meinen Website-Besuchern, die keine eingeloggten Kunden vielleicht mit einem Kunden-Account sind, um sie dann eben zum Beispiel in deinen Newsletter reinzubekommen oder eben so ein kleines Kennenlern-Offer zu machen. Also das ist für mich immer noch der wahrscheinlichste Fall vom Einsatz von einem Evergreen Timer eben in den Pop-Up und dann geht das auch nur einmal auf und auf gut Deutsch gesagt, dann empfindet das auch niemand als komisch, wenn dort immer wieder so ein Timer von vorn beginnt runter zu zählen. Natürlich ist die ganze Geschichte viel einfacher, wenn du vielleicht Events machst oder Online-Events, was auch immer und du sagst, okay, wir haben dort was in der Zukunft und bis dahin ist es eben noch genau so lang und da willst du eben daraufhin mit dem Timer aufmerksam machen oder eben so lang habe ich gerade meine Summer Sale Aktion. Da ist natürlich einfacher, aber hier dann natürlich nicht vergessen, die Tage auch wieder einzustellen. Ja, das zum Bereich Inhalt und Stil würde ich jetzt mal behaupten, relativ selbst erklären. Da haben wir einmal die Boxen an sich, den Inhalt und die Nachricht, klicken wir uns einmal durch, sodass du auch weißt, was hier los ist und möglich ist. Zum einen haben wir hier eine Container Breite, können wir nach unten nehmen, können wir nach oben nehmen und uns das so einstellen, wie wir es haben möchten. Hintergrundfarbe habe ich dir am Anfang schon gezeigt, habe ich jetzt hier mal ein Lila reingemacht, Rahmentyp, könnte man noch einen Rahmen hier reinmachen und dem Rahmen dann sogar noch eine Farbe geben, dass du es jetzt hier siehst, würde ich jetzt einfach mal so ein Gelb reinmachen und dann kann man beim Rahmen auch sagen, der soll noch dicker sein. Also du kannst das ganze Ding wirklich so zurechtsteilen, wie du es haben möchtest. Aber wir brauchen jetzt ja keinen Rahmen, mache ich einmal wieder raus. Den Abstand zwischen den einzelnen Elementen kannst du ja auch noch einstellen. Und vielleicht hast du schon gesehen, wenn man hier bei diesem Abstandsregler so ein bisschen hin und her regelt und man macht das hier mal raus, dann ist dort quasi eine Null drin, die kann man auch eintragen und dann hat man eben nicht mehr diese Kacheln, sondern dann ist es eben durchgängig. Dann haben wir hier aber auch noch die Möglichkeit, den Innenabstand festzulegen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine 20 eintrage, dann siehst du es hier eben noch mehr Innenabstand. Also wenn ich nach oben gehe, du siehst, was passiert, dann haben wir eben noch mehr Luft in der ganzen Geschichte. Als nächstes haben wir schon den Bereich Inhalt. Zum einen die Farbe der Zeichen. Wenn wir jetzt hier einmal auf gelb gehen, dann siehst du, okay, wird es eben gelb. Machen wir wieder weiß rein. Typografie können wir hier Schrift, Familie, Größe etc. alles so festlegen, wie wir das haben wollen. Und auch hier noch ein kleiner Hinweis, ich arbeite natürlich mit dem Elementor Pro und dem Elementor Theme Builder. Bedeutet, ich habe hier einmal global meine Schriftart, Schriftgrößen etc. alles festgelegt, was will ich für Ecken vom Grundsatz her haben. Und immer wenn ich mir ein neues Widget reinziehe, dann ist es dann eigentlich in den allermeisten Fällen schon so, dass es perfekt passt. Also du musst hier nicht immer durchgehen mit Elementor Pro und deine Schriften einstellen. Das machst du einmal global und dann passt das. So, also Typografieeinstellung. Ich denke, selbst erklärend kannst du alles machen, was du machen möchtest. Feldnamen anzeigen. Hier können wir zum Beispiel, wo wir dann gelb reinmachen, siehst du, da geht es dann eben um Tage, Stunden, Minuten und Sekunden. Könnten wir jetzt halt hier gelb machen. Ich denke, weiß ist ja schon ganz sinnvoll. Und auch hier wieder die Typografieeinstellung und eine Textumrandung können wir noch machen. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier den Bereich Nachricht. Entweder links mittig oder rechts bündig. Und du merkst schon, wenn wir hier rumdrücken, passiert nichts. Warum? Logisch, Timer ist noch nicht abgelaufen. Das können wir jetzt mal kurz simulieren. Und zwar haben wir noch August, den 27. 18.22 Uhr. Stellen wir die ganze Geschichte jetzt hier mal auf 6.23 Uhr, sodass der Timer einmal abläuft. Zack. Und du siehst, wir haben noch 15 Sekunden. Da mache ich einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Timer abgelaufen ist. Drei Sekunden noch, Timer läuft ab. Und jetzt sollte eigentlich gleich unsere Nachricht hier kommen. Sorry, das Angebot ist leider abgelaufen. Hier sind wir im Bearbeitungsmodus. Wir klicken einmal auf Vorschau. Und dann schauen wir mal, ob die Nachricht angezeigt wird. Ja, sie wird gezeigt. Sehr schön. Sorry, das Angebot ist leider abgelaufen. Und wie das dargestellt werden soll, legt man eben hier im Bereich Stilfest, Nachricht. Und du siehst, es war jetzt eben sehr weit rechts. Weil wir sind hier bei rechtsbündig geblieben. Können wir jetzt wieder auf Mitte stellen. Farbe haben wir auf Lila. Auch hier wieder Typografie-Einstellungen. Aber auch das kannst du wirklich noch komplett zu customizen, wie du es haben möchtest. Und das waren schon die Basics gewesen. Ganz am Anfang habe ich dir versprochen, wie man das Ganze noch macht, dass man wirklich so einen einheitlichen Hintergrund als Farbe hat. Dann machen wir jetzt das folgende. Wir klicken hier einmal auf Löschen bei dem Widget. Dann suchen wir uns hier wieder den Countdown. Ziehen uns den einmal rein. Zack. So. Und zuallererst gehen wir wieder auf Stil. Und dann schauen wir hier bei der Box, dass wir da einen Hintergrund hinbekommen. Und zwar meine Akzentfarbe. Und jetzt könntest du hier ganz einfach einmal auf den Abschnitt klicken. Und dann im Bereich Stil. Hintergrund. Hintergrund Typ. Klassisch. Und dann hier auch eine Farbe festlegen. Zum Beispiel Akzent. Und zack. Schon hast du eben den Timer dort ein Stück weit in die Seite integriert. Ich habe jetzt hier im Bereich erweitert was eingestellt, dass das unten noch ein bisschen weiter geht. Da machen wir jetzt mal eine Null rein. Und so finde ich den Timer dann schon ganz schön. Dann würde ich hingehen und sagen Inhalt. Zack. Das passt soweit. Und dann würde ich hier einmal sagen in einer Reihe. Und dann hätte ich hier meinen Timer schon eingebunden. Dann ganz am Anfang von dem Video habe ich auch noch über einen Anwendungsfall mit so einem Popup gesprochen. Da möchte ich ja auch gerne noch kurz grob skizzieren, wie du da rangehst. Zuallererst solltest du dir natürlich darüber bewusst sein. Hey, wie sieht deine Website aus? Ich bin jetzt nochmal kurz auf meine gegangen. Und dann solltest du dir halt überlegen, wo hat jetzt so ein Popup Platz? Soll das einmal über die ganze Breite hier aufgehen, sodass man es wirklich wegklicken muss? Oder oben rechts, oben links, wie auch immer. Überleg dir das, wie du dein Popup baust. Denn du kannst es wirklich so machen, dass es pixelperfekt ist. Wir sind jetzt hier in meinem WordPress Backend. Und im Bereich Templates finde ich jetzt hier von Elementor die Popups. Da klicke ich einmal drauf. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen Neu hinzufügen. Wähle den Template-Typ aus. Popup. Und dann gebe ich dem Ganzen hier einen Namen. Zum Beispiel Popup Tutorial. Dann sage ich hier einmal Template erstellen. So. Wenn du schnell zum Ziel kommen möchtest, mit einer Vorlage hast du hier natürlich alle Möglichkeiten. Also hier findest du schon so jeden Stil von Popup, was man vom Grundsatz her machen könnte. Gerne hier einfach irgendwo draufklicken. Inhalt löschen. Und dann so gestalten, wie du es haben möchtest. Ich würde es jetzt hier einmal zumachen, sodass du siehst, wie man von Null quasi rangeht. Und zuallererst siehst du hier dieses Popup. Und um hier erstmal grundsätzlich die Größe und so weiter festzulegen, eben passend für deine Website, das worüber ich gerade gesprochen habe, hier unten einmal auf Einstellung gehen. Und dann hast du hier eben die grundsätzlichen Popup Einstellungen. Bedeutet, du siehst bereits, was passiert, wenn ich hier einmal mit der Breite rumspiele. Entweder Pixel oder du sagst, hey, ich will, dass das über die ganze Seite geht. Dann gehst du eben hier auf die prozentuale Einstellung, machst das einmal auf 100. Dann geht es eben über die ganze Seite. Ja, dann kannst du sagen, soll das linksbündig sein, soll das rechtsbündig sein. Vielleicht hast du nur rechts so ein bisschen Platz wie ich. Dann machst du es eben so hier. Und du siehst jetzt hier auch schon im Hintergrund, das ist alles so ausgegraut. Das nennt sich Überlagerung. Das kann man auch ausstellen, sodass man trotzdem noch auf der Website unterwegs sein kann. Dass es eben nicht ausgegraut ist, aber man kann es auch anmachen. Und da muss man es dann eben wegdrücken, dass man die Website auch ordentlich sehen kann. Also, das kannst du wirklich so einstellen, dass es für dich passt. Ich würde es jetzt hier zu Vereinfachungszwecken einfach mal in die Mitte und nochmal in die Mitte machen. Und dann suche ich mir hier wieder mein Countdown-Widget raus. Zack, dann ziehe ich mir das hier einmal rein. Vielleicht will ich noch eine Überschrift haben. Dann nehme ich mir die Überschrift, ziehe mir die hier drüber. Und dann schreibst du hier vielleicht sowas rein wie 5% Gutscheincode.xyz. Und drunter hast du dann eben den Timer, wo du sagen kannst, okay, das ist ein Evergreen-Timer. Und da sind eben 24 Stunden drin und 0 Minuten. Dann sehen wir wieder keinen Timer. Bedeutet einmal auf Stil und Hintergrundfarbe. Machen wir jetzt hier wieder die Akzentfarbe rein. Dieses Lila. Dann gehen wir wieder auf den Inhalt. Die Tage tun wir einmal ausblenden. Dann passt das schon viel besser. Dann klicken wir auf den Abschnitt Stil, Hintergrund. Da machen wir jetzt vielleicht komplett dieses Lila hier rein. Dann gehen wir in die Überschrift Stil. Dann sagen wir hier bei Textfarbe eben eher ein Weiß, dass man es auch gut lesen kann. Dann machen wir die ganze Geschichte noch ein bisschen größer zu unserem Gutscheincode. Vielleicht so. Dann wollen wir das vielleicht noch in die Mitte haben. Bedeutet, wir gehen einmal auf Inhalt und sagen Center. Zack. Was fällt mir sonst noch aus? Auf der Schließen-Button. Man muss natürlich nicht immer auf das X klicken, sondern kann auch außerhalb von dem Pop-Up irgendwo hinklicken. Da geht das genauso zu. Aber wenn wir das eben auch noch ordentlich haben wollen, dann gehen wir wieder in die grundsätzlichen Einstellungen hier von unserem Pop-Up. Und dann natürlich im Bereich Stil. Close-Button. Sagen wir Position nicht innen, sondern außen. Weil wir haben den Rest ja ausgegraut. Dann können wir hier die Position noch variieren. Bedeutet, wir machen es vielleicht so richtig an die Ecke. Genau so ungefähr. Und von der Farbe dann natürlich kein Grau, sondern eher ein Weiß. Und vom Grundsatz her kann die ganze Geschichte dann auch gerne noch ein bisschen größer sein. Vielleicht so, dass man den Close-Button auch wirklich sieht. So finde ich es schon ganz schön. Und ich sage mal so, wenn man einen Online-Shop hat, es mag jetzt simpel aussehen oder auch wie man sowas einrichtet. Aber es ist wirklich wirkungsvoll. Vielleicht würde ich selbst bei dem Countdown-Timer nochmal reingehen und die Anzeige nicht im Blog machen, sondern in einer Reihe. Und dann sehe ich, okay, da haben wir nicht mehr genügend Platz. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das ganze Pop-Up größer. Oder ich sage im Bereich Stil vom Countdown-Timer-Boxen. Inhalt einmal draufdrücken. Und dann hier bei den Zeichen-Typografie machen wir die Größe ein bisschen kleiner, sodass es eben passt. Vielleicht irgendwas in die Richtung. Und jetzt kommt das Interessante, denn du willst ja nicht, dass jeder immer wieder dieses Pop-Up sieht, wenn er auf deine Website oder auf deinen Online-Shop kommt. Sondern vielleicht nur einmal so als Trigger, einfach mal so ein kleiner Verkaufsbooster übers Wochenende, dass dort hier und da dieser Gutschein-Code mal eingelöst wird. Aber es soll bitte niemanden nerven. Wie macht man das jetzt? Ganz einfach. Wenn man jetzt hier auf Speichern drückt, dann wird man gefragt, okay, wie soll dieses Pop-Up angezeigt werden? Man kommt entweder so hier hin, allerdings nur, wenn man es das erste Mal speichert. Deswegen mache ich es wieder zu. Du findest diese Einstellmöglichkeiten auch, wenn du hier rechts neben Speichern auf die Optionen klickst. Und dann siehst du hier Display Conditions. Bedeutet, zuallererst sagen wir, okay, wo möchtest du dein Template anzeigen? Da sage ich jetzt Add Condition. Gesamte Website. Wenn ich jetzt auf Next klicke, wird es auf der gesamten Website angezeigt. Aber vielleicht willst du es auch nur bei einer einzelnen Seite machen und auch nicht bei allen Seiten, sondern nur bei einer einzelnen Seite. Und da suche ich jetzt zum Beispiel mal die Seite für meine Tutorial-Serie hier raus. Da gebe ich jetzt hier einmal TUT ein, Tutorials, zack und jetzt wird es nur auf meiner Tutorial-Seite angezeigt. Das könnte bei dir zum Beispiel die Seite von deinem Online-Shop sein. Als nächstes, ich klicke einfach mal auf Next. Man kann auch hier durchklicken, haben wir die Trigger. Und das finde ich auch wieder ganz interessant, was man hier alles machen kann. Vielleicht hast du es auch schon mal gemerkt, wenn du irgendwo eine Website verlässt und auf einmal geht ein Pop-Up auf, hey, hier hast du einen Gutscheincode oder trag dich ein, was auch immer. Es mag nervig sein, aber Fakt ist, gerade wenn man im Internet verkauft, es funktioniert. Google hat es aber nicht immer so gern, muss man fairerweise auch dazu sagen. Also das wäre das hier on-page-exit-intent. Sehr interessant. Ich würde jetzt hier einstellen, dass das Pop-Up aufgehen soll, wenn die Seite geladen wird. Und zwar entweder sofort, wenn die Seite aufgeht oder, was ich immer gern mache, ich eine 1 eintragen, dann geht es eben nach einer Sekunde auf. Bedeutet, dann wird es auch sehr präsent, natürlich, wie es lädt, sage ich mal, wahrgenommen. Dann haben wir noch Advanced Rules und hier wird es wirklich interessant. Hier würde ich sagen, Show After X Page Views. Hier könnte man sagen, okay, wenn sich jetzt jemand ein Produkt fünfmal angeguckt hat und der kommt immer wieder auf die Seite, überlegt vielleicht noch, da kann man sagen, okay, beim sechsten Mal, wenn jemand auf diese Produktseite kommt, du erinnerst dich, am Anfang haben wir die Seite eingestellt, sagen wir, hey, hier hast ein Gutschein-Code, drei Prozent, fünf Prozent, was auch immer, das wird dann die Entscheidung, höchstwahrscheinlich jetzt endlich mal zuzuschlagen für ein paar neue Turnschuhe oder was auch immer, höchstwahrscheinlich vereinfachen. Also entweder man geht so rein oder wir machen es anders, wir sagen Show Up To X Times. Jeder, der irgendwo auf die Shop-Seite kommt, der soll das Ganze genau ein einziges Mal sehen. Entweder er reagiert, nimmt sich den Gutschein-Code und schlägt zu oder eben auch nicht. Also eine klassische 24-Stunden-Aktion. Dann könnte man auch noch sagen, okay, hide for logged-in-Users, bedeutet, wenn jemand bei dir vielleicht schon ein Kunde ist, ein Kunden-Account hat oder bei dir im Newsletter-System drin ist, halt bei WordPress irgendwo ein Kundenkonto hat, dann kann man sagen, okay, hide for logged-in-Users. Alle deine Kunden, die dann eben schon eingeloggt sind oder Accounts haben, denen wird es dann eben nicht angezeigt. Ja, dann sagst du einfach nur save and close und schon ist unser Pop-Up fertig. Ich bin jetzt hier nochmal auf das Fälligkeitsdatum gegangen. Was man noch machen könnte, ist grundsätzlich eine Kontrastfarbe verwenden, also irgendwas, was sonst auf der Website nirgendwo vorkommt. Könnte ich jetzt hier einfach so ein Gelb reinmachen und logisch müsste ich hier dann auch noch das Gelb reinmachen und die Schrift schwarz, sodass es wirklich richtig ins Auge knallt. Aber du weißt jetzt, wie das geht, wenn man hier die Schrift dann zum Beispiel einmal auf Lila macht und dann können wir hier auf den Timer auch nochmal draufdrücken und im Bereich Stil, Hintergrundfarbe dann auch einmal das Gelb rein und bei Inhalt dann hier einmal bei Zeichen, zack, auch das Lila rein und auch bei den Feldnamen und schon haben wir das gesamte Erscheinungsbild verändert. Noch einmal auf die Einstellung klicken und dann hier bei Stil, Close Button, auch den Button noch von weiß auf lila und schon sieht es komplett anders aus und sticht wirklich hervor. Ja, das mit dem Pop-Up und eben den Conditions dazu, wie das Ganze denn angezeigt werden soll, würde ich dir einfach nochmal grob skizzieren oder einfach mal zeigen, dass du weißt, okay, du hast dort die Möglichkeit mit dem Countdown auch über ein Pop-Up zu arbeiten, so dass der Countdown dann wirklich seine Wirkung nicht verfehlt und du kannst das innerhalb der Conditions eben auch alles so einstellen, dass es absolut niemanden nervt, sondern wenn dann nur funktioniert. So oder so, wenn dir diese kleine Anleitung hier zum Countdown-Widget von Elementor Pro gefallen hat, dann lass gern ein Abo da, lass gern ein Gefällt mir da, lass gern ein Kommentar da und wenn auch du großes Interesse hast an der Website-Erstellung, eben hier mit Elementor, mit Krokoblog, auch Newsletter, E-Mail-Marketing, Online-Marketing, alles was da noch dazugehört, PPC, SEO und so weiter und so fort, hier auf dem Kanal wird noch vieles von mir kommen, wenn das was ist, wo du sagst, ja, da will ich mich weiterbilden, da habe ich Lust drauf, dann lass gern schon mal ein Abo da und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich in einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen darf. In diesem Sinne ganz großen Dank, dass du dabei gewesen bist, vielleicht kannst du jetzt für dich entscheiden, ob das Countdown-Widget was ist, ja oder nein, schreib es gern in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, dein Stefan, ciao, ciao.